Sie sind zu einem Abend in der Oper eingeladen. Zu einem Abend des Terrors. Wer ist da? Wer ist denn da? Terror in der Oper. Besuch nicht deine Augen zu schließen oder du stichst sie dir aus. Du sollst alles mit ansehen. Sie ist das gefesselte Publikum. In einem Stück, das ihnen Schauer über den Augen jagt. Das Böse ist der Star des Abends. Und ganz egal wie sehr sie es versuchen. Es wird ihnen nicht gelingen ihre Augen zu schließen. Dieser Film wird sie im Traum verfolgen. Lass mich nicht allein. Ich habe Angst. Leidenschaft. Besessenheit. Ich kann dich haben, wo und wann ich will. Und Mord. Hinter den Kulissen sucht der Killer seine Opfer. Terror in der Oper. Bei der letzten Note kommt der Killer. Beide. Berge.